Musik 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 Ich antwortete, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus sprach zu ihnen, ich bin es, ich stand, aber doch schon, dass der Verrenter bei ihnen hielt, also Jesus sprach, ich bin es, da bin ich in sie zurück und stürzte zu Boden. Wiederum fragte er sie, wem suchet ihr, sie antwortete, Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus sprach zu ihnen, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Jesus von Nazareth. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jesus antwortete ZDF, 2020 Jesus antwortete ZDF, 2020 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 Was hast du getan? Jesus antwortete. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Königreich von dieser Welt, hab ich meine Knächte hätten gekämpft, dass ich nicht ausgeliefert höre, nun aber ist mein Reich nicht von ihnen. Da sprach Pilatus zu mir, so bist du denn los, mein König. Jesus antwortete. Du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit sagen soll. Da sprach Pilatus zu mir, was ist Arbeit, was ist Arbeit. Da ging Pilatus hinaus und sprach, ich finde keine Schuld an dir. Wollt ihr, wenn du das nicht bräuchten, dann könnt ich los gehen. Da schwiegen sie wiederum an, mit diesem Sonn am Parabas. Vater, nach dem Nachschuss, Jesus und Jesus mit den Geistern, die Krieg leckte, gotten eine Kohle und Jornen und setzten sie auf sein Kraut, und legten ihm ein Urkurt, und gleich war ein Stach ein. Sei gegrüßert, sei gegrüßert, sei gegrüßert, lieber Jungen König. Und gaben ihm Wankenstreiche, Pilatus ging vor das Wort und sagte, Seht, ich führe den Kerr neu hinauf, damit ihr einseht, lasst mich keine Schuld an ihn finden. Jesus trat heraus, er trug die Dornenbrunnen und das Blutkunde gewandt, Pilatus aber sprach. Seh gegrüßert, kein Fletch, da schwiegen die Oberluister und die Tiere, kein Sieger, kein Sieger, kein Siegerin. Da sprach Pilatus, nehmt ihn und kreuzigt ihn, ich finde keine Schuld an ihn. Die Duden antworteten, wir haben ein Gesetz und nachdem muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gewandt. als Pilatus dieses Wort vernahm und seine Ruhe wieder in ihr Gerichtshaus da sprach er zu Jesus. Woher, woher bist du? Jesus, Jesus aber gar keine Antwort, da sprach Pilatus du hättest keine Gewalt und ich weiß, du hättest keine Gewalt über mich. Wer er sich dir nicht von oben verliehen, dafür hat die größere Schuld, der mich dir überliefert hat. Von da an Jute bin laden uns die frei und lassen die Bude aber trüben. Wenn du dieser Freude bist du mein Freund des Kreuzers, denn jeder, der sich zum König lehrt, wieder setzt sich den Kreuzer. Alt-Pilatus dieses Wörter führte der Jesus mir raus und ließ sich auf dem Richterstuhl nieder auf dem Platz, der heißt mit Trost vor Trost in Dremisch aber Gata ist Baru-Haber-Güßt Tag des Paschafestes und die sechste Stunde und ihr Sprach der Lüte seht, was ist euer König. Sie sprechen aber Welt, 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 mit ihm schweizige, 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 schweizige Wien. Pilatus sprach zu Peter, soll ich euren König heute sein? Die hohen Priester antwortete, wir brauchen keinen König, wir brauchen keinen König, und sind kein Sön. Pilatus lieferte ihnen Jesus, dass er den Kreuz sie gelten würde. Sie aber nahmen Jesus und führten ihn hinaus zu jenen Planchen, und der Kreuz sie gelten und mit ihm zwei anderen zu beiden Seiten Jesus aber mit dem Leben Und Pilatus schweb einen Überschritt an sein Kreuz, Jesus von Nachsabend, der Judenköpel. Die hohen Priester und Spahn zu Pilatus schreiben nicht, König der Luther, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Luther. Die Pilatus antwortete, was nicht geschrieben, bleibt geschrieben. Als die Soldaten ihn gekreuzigt hatten, nahmen sie sich seine Kleider und fragten den Teil dazu auch den Luther. Und ihr Gott war aber ohne Naht in einem Stück gegoben, sie sprachen zu einer Luther. Wir wollen nie mitzerteilen, wir wollen nie mitzerteilen, sondern darum losen, wie er gehören soll. So sollte sie die Schrift erfüllen, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über meinen Kopf das Los gebrochen. Und Jesus sprach zu seiner Mutter. Weib, siehe, das ist dein Sohn, danach zu den Jüngern, siehe, das ist deine Mutter. Und von jeder Stunde, der Jüngern, siehe, das ist deine Mutter. Und von jeder Stunde, dann nahm sie der Jünger zu sich. Als du Jesus wusste, dass alles verbracht war, sprach, ihr mich dürstet. Und sie steckten einen Schrank mit Nessig auf einen Isop-Zweig und hielten ihn an seinen Mund. Und als du Jesus von der Siggern bekommst, sprach, ihr mich, es ist voll weit. Und bleib, das ist ein Schrank mit Nessig auf der Siggern. Untertitelung des ZDF, 2020